Hi Leute, herzlich willkommen hier beim Schachpanda, dem Kanal, um einfach besser Schach zu spielen. Heute zeige ich euch, wie ihr eure eigenen Partien richtig analysieren könnt, so dass ihr wirklich was daraus lernt. Viel Spaß damit! Ja, zunächst einmal, eine Partie richtig zu analysieren, das will gelernt sein. Denn für viele Leute bedeutet analysieren einfach nur, ich schalte eine Engine ein, checke kurz meine Fehler und das war's. Ja, das ist schon mal besser als nichts, aber richtiges Analysieren findet vor allem ohne Computer statt. Und ich glaube, dass dieses richtige Analysieren eine der zentralen Quellen für die Verbesserung des eigenen Schachs sein kann. Und deswegen möchte ich heute in diesem Video damit besprechen, mit euch darüber sprechen, was ich denke, wie man das optimal machen kann. Und zwar beginnt die Analyse eigentlich direkt nach der Partie. Und zwar solltet ihr unbedingt euren Gegner fragen, ob der mit euch analysieren möchte. Worüber ich jetzt übrigens rede, sind Langzeitpartien. Schnellschach-Analyse, da kann man sicherlich auch ein bisschen was machen und ein bisschen was mitnehmen, insbesondere Richtung Eröffnung. Aber ich rede jetzt hier wirklich über ein Schachduell am richtigen Brett, Langzeit. Und ja, danach fragt euren Gegner, ob er mit euch analysieren möchte, unabhängig vom Ergebnis und von der Stärke eures Gegners. Gerade wenn man natürlich verloren hat, ist es manchmal ein bisschen schwierig vielleicht. Dann gibt es genug Leute, die sagen, okay, sie wollen das erstmal raus und weg und müssen das erstmal verarbeiten. Aber auch da, gerade Niederlagen helfen natürlich besonders, weil man da besonders viel draus lernt. Und schön ist es natürlich, wenn der Gegner stärker ist und das trotzdem macht. Ja, und dann redet man mit dem Gegner darüber zum einen natürlich konkrete Varianten, aber vor allem auch darüber, wie hat denn der Gegner das eingeschätzt, die Stellung? Wie hat man selbst die Stellung eingeschätzt und der Gegner? Dann findet man immer mal wieder Momente, wo zum Beispiel der Gegner vielleicht sagt, ja, ich denke, ich stand hier besser. Und man selbst hatte aber auch das Gefühl, man stand hier besser, weil man bessere Chancen hatte. Und dann diskutiert man so ein bisschen darüber und spielt auch einige Varianten aus und kriegt dafür einfach nochmal so ein neues Gefühl, einen neuen Blickwinkel. Und das kann einem ungeheuer viel helfen. Deswegen Teil 1 bei der Analyse, direkt danach mit dem Gegner. Teil 2. Wenn ihr dann nach Hause kommt, empfiehlt es sich, möglichst bald die Partie einzugeben. Ich benutze jetzt hier gerade Chessbass. Und zwar habe ich eine Partie von mir offen. Anfang des Jahres auf der Landesmeisterschaft habe ich hier mit Schwarz gegen Turben Schulze. Der hat so knapp 2250 gespielt. Ich war hier mit Schwarz am Zug und ich hatte eine Figur geopfert. Und hier ist weiß am Zug. Und was ihr machen solltet bei dieser Eingabe ist, erstmal natürlich die ganze Partie eingeben. Das habe ich jetzt hier schon gemacht. Chessbass 15 ist das. Da gibt es auch andere Möglichkeiten. Fritz, Skid, das ist ein anderes Programm. Chessbass Reader, da geht es glaube ich auch. Und da gebt ihr erstmal die ganze Partie ein. Was ihr auch noch macht, ihr gebt alle Varianten ein, die ihr gesehen habt. Zum Beispiel jetzt hier weiß am Zug. Der Läufer hängt. Wie ist das mit Läufer H1? Und ja, da habe ich die Variante h2, König g2, Läufer h3 Schach gesehen. Der König kann schlecht nach raus, weil dann der Läufer h4 kommt. Die Variante zeige ich zum Beispiel auch. Oder gebe sie mit ein. Und wenn der König hier nimmt, schlage ich auf h3 den Turm mit Schach. Und gewinne hier einfach ein Material, weil ich auch noch den Springer danach gewinne. Und so ähnlich gehe ich alle Stellungen und alle Partiemomente durch. Und gebe die Varianten ein, die ich gesehen habe. Wichtig, alles ohne Computer. Das kann ich jetzt hier direkt einfach am, also ich mache es am Computer, aber nicht mit einer Engine. So ist es genauer ausgedrückt. Was man ebenfalls aufschreiben kann, sind, andere psychologische Dinge. Zum Beispiel, zeige ich euch mal was. Hier in dieser Partie war ich auch mit Schwarz am Zug. Und ich habe jetzt darüber nachgedacht, ob ich h5 und h4 spiele und so einen Angriff starte. Oder vielleicht einfach kurz rochiere. Und ich habe so ein bisschen in mich hineingehorcht. Wirklich 5 Minuten. 5 bis 10 Minuten habe ich mich reingehorcht. Will ich das? Fühle ich mich im Angriffsmodus? Das war jetzt keine konkrete Entscheidung im Sinne von, ich rechne das genau durch, sondern möchte ich angreifen. Und danach habe ich mich bewusst entschieden, ja. Ich fühle mich im Angriffsmodus und habe h5 gespielt. Und das könnte ich hier nach h5. Kann man hier Kommentare einfügen bei Chesspace. Rechte Maustaste. Und dann kann man hier einfach einen Text nach dem Zug, da schreibt man dann was rein. Habe mich nach Angriff gefühlt. Und dann seht ihr, das taucht jetzt da auf. Dieses Eingabefenster habe ich jetzt hier einmal ausgeblendet. Und das ist sozusagen der zweite Teil. Also der erste Teil, Analyse direkt mit dem Gegner. Zweite Teil, ihr gebt alle Varianten ein. Und was ich hier auch machen würde, ich würde auch gewisse Stellungsbewertungen in gewissen Momenten eingeben. Ich mache mal die Partie jetzt ein bisschen weiter. Ich habe jetzt hier auf G4 meine Figur geopfert, F3. Und habe jetzt hier genommen, da mit G7. Und hier hatte ich das Gefühl, okay, mein Angriff, der wird, der ist sehr gefährlich. Und der schlägt wahrscheinlich durch. Und ich habe ja mittlerweile auch schon einiges an Bauern dafür. Ich gewinne ja noch den G4, dass ich hier besser stehe als Schwarzer. Und das kann man hier zum Beispiel mit aufschreiben. Kann man hier hinterher wieder einen Kommentar machen. Ich stehe besser. Kann man natürlich jetzt ein bisschen ausführlicher schreiben. Aber man gibt auch das Gefühl zu den Stellungen wieder. Zu den Stellungseinschätzungen. Das kann man da auch alles mit reinschreiben. Was auch interessant ist, sind so Gefühle, ob jetzt vielleicht ein Zug schlecht war. Oder auch wie man sich körperlich und mental gefühlt hat. Ich habe mich in dieser Position nicht wohl gefühlt. Ich habe mich ziemlich unter Druck gefühlt. Ich war super zuversichtlich. Ich hatte das Gefühl, die Eröffnung lief gut. Ich wusste genau, was ich tue. Oder irgendwie so eine Sache kann man da auch alles mit reinschreiben. So, das ist im Prinzip Phase 2. Man sammelt erstmal Informationen, die man noch abrufen kann. Von dem Moment. Und das sollte man natürlich zeitnah machen. Vielleicht am besten noch am Tag der Partie selbst. Weil da hat man natürlich noch die Varianten im Kopf, die man gesehen hat. So, das war bisher alles noch nicht so zeitintensiv. Und jetzt kommt eigentlich nochmal ein sehr zeitintensiver Teil. Aber auch ein Teil, wo man sehr viel Nutzen draus ziehen kann. Und zwar setzt ihr euch am besten an einem der nächsten Tage, wenn ihr ein bisschen Zeit habt, nochmal an ein Brett. Spielt die Partie nochmal nach und rechnet nochmal. Ihr rechnet nochmal die Varianten nach. Vielleicht findet ihr neue Ideen, neue Varianten und prüft das nochmal. Und ja, eine Empfehlung ist zum Beispiel, das genauso lang zu machen, wie die Partie gedauert hat. Das ist natürlich, kann sehr zeitintensiv sein. 2, 3, 4 Stunden. Muss man vielleicht nicht in dieser Ausführlichkeit machen. Aber das ist eben zum Beispiel eine Empfehlung. Oder andere Leute sagen teilweise sogar, doppelt so lang. Nochmal doppelt so viel Zeit nehmen. Das können die wenigsten machen. Oder die wenigsten haben Lust, da so viel Zeit reinzustecken. Aber sich zumindest mit einem echten Brett nochmal hinsetzen. Und diese Varianten nochmal durchgeben. An einem Tag, wo man frischer ist. Das ist im Prinzip Teil 3. Und das ist nochmal die echte eigene Arbeit. Wo man wirklich die Partie nochmal komplett durchgeht. Nochmal komplett berechnet. So, das ist Teil 3. Und das alles fügt ihr dann noch mit in eure Varianten hier ein. Zum Beispiel habe ich jetzt hier von mir nach König F2 und Läufer H4 und Springer G3 noch weiter gerechnet. Und habe dann gesehen, dass wenn ich jetzt vielleicht zum D5 spiele, dass da gleich Probleme auf dieser Diagonalen kommen. Und ich habe das sogar noch ein bisschen weiter gerechnet. Ich habe dann irgendwie sowas gesehen und sowas gesehen. Und da haben wir G3. Das ist jetzt einfach nur irgendwie mal irgendeine Variante. Und das kann ich dann da auch noch mit einfügen. Und was man nämlich machen kann ist, man macht das Ganze erstmal nur am Brett und fügt das danach alles nochmal erst zusammen ein. Das heißt, man übt da nochmal auch so ein bisschen nicht nur Variantenberechnung, sondern auch noch ein bisschen Visualisierung und das Ganze im Gedächtnis zu halten. Ja, man macht das erst am Brett und dann fügt man das hier nochmal ein und muss sich an diese Varianten nochmal erinnern. Das ist auch ein Training für Variantenberechnung und nochmal für Visualisierung. Und ich empfehle das auf jeden Fall am richtigen Brett zu machen, diesen Teil davor. Denn am richtigen Brett ist es doch nochmal was anderes, als hier fortzusetzen. Und das sind einfach Unterschiede. Ob man vor so einem 2D-Brett oder vor einem 3D-Brett sitzt, das macht einen Unterschied. Und deswegen meine Empfehlung, macht das am richtigen Brett. So, jetzt habt ihr eine ganze Menge Zeit reingesteckt, habt nochmal alles geprüft, nochmal alles gecheckt. Und jetzt kommt im Prinzip der Teil, wo der Computer dazu kommt und ihr eure ganze Analyse auf den Prüfstand stellt. Ich hole jetzt hierzu Stockfish 12 und nehme jetzt mal diesen Moment hier nach H3. Läufer H1 und jetzt überprüfe ich meine Variante. Ich habe gesehen, H2, das spielt, sehe ich hier Stockfish auch und sieht schwarz klar auf Gewinn. König G2, Läufer H3, seht ihr auch. König G3, Läufer H4. Das hatte ich jetzt, diese Variante hatte ich mir ehrlich gesagt, König G3 hatte ich gar nicht gesehen, aber gut, da gewinnt Läufer H4 auch. König H2 hat er jetzt hier bei dem gar nicht mit drin, aber das gewinnt auch. Läufer F1, das habe ich auch gesehen. Und König F2, Läufer H4, Springer G3 und er sieht hier D5. Und so kann ich jetzt meine Varianten mit Stockfish, oder ich habe jetzt Stockfish als Beispiel genommen, weil ich gerade auch dieses Video gemacht habe, Stockfish 12 installieren. Dann kann man seine Varianten erstmal gegenchecken und natürlich schauen, wo man Fehler gemacht hat. Wo man vielleicht Fehler bei seinen Berechnungen gemacht hat. Und was man natürlich auch machen kann, ich habe jetzt hier nach König G2 geschrieben, ich stehe besser. Oder diese Bewertungen checken. Da haben wir D7 und Stockfish schiebt mich ja auch ganz klar auf Gewinn. Das heißt, hier habe ich auch das richtig eingeschätzt. Aber es gibt genug Momente, wo man das falsch einschätzt. Und das ist auf jeden Fall nochmal ein wichtiger Check erstmal, dass man sowohl die Varianten richtig berechnet hat, aber auch die Stellungseinschätzungen richtig gemacht hat. Und ein Punkt, den ich jetzt bisher noch gar nicht erwähnt habe, den man in dieser zweiten Analyse, wo man nochmal alles aufschreibt, was man gesehen hat, auch durchaus mitnotieren kann, sind Wendepunkte in einer Partie oder kritische Momente. Ich finde, kritische Momente ist auch ein ganz zentrales Konzept im Schach. Und zwar sind das Momente, wo die Partie zu kippen droht. Oder Momente, wo klar ist, okay, wenn ich jetzt nicht den besten Zug finde, dann wird es schwierig für mich. Oder, ah, ich habe das Gefühl, der Gegner hat einen Fehler gemacht. Jetzt könnte taktisch was gehen. So eine Momente, kritische Momente, die zu identifizieren in einer Partie ist deswegen wichtig, weil in diesen kritischen Momenten lohnt es sich Zeit reinzustecken. In, sag ich mal, 80, 90 Prozent der Fälle lohnt es sich oft gar nicht so viel Zeit reinzustecken, weil es nicht so entscheidend ist, ob man den besten Zug findet. Da kann man auch den zweiten oder drittbesten Zug spielen. Das ist nicht so wichtig. Aber in diesen kritischen Momenten ist es dann elementar wichtig, den besten Zug zu finden. Und dann lohnt es sich auch, weil man damit vielleicht gewinnen kann oder in eine Gewinnstellung kommen kann. Und diese Momente zu identifizieren und da dann die richtige Zeit reinzustecken, das ist eben auch eine Kunst für sich. Viele Spieler, die zu oft in Zeitnot kommen, können das eben nicht. Die stecken zu viel Zeit in unwichtige Momente rein. Zeitmanagement ist natürlich auch nochmal ein Thema, was man hier sich auch aufschreiben kann. Die Zeiten und gucken kann, wo man vielleicht zu viel gerechnet hat oder wo man zu viel Zeit verloren hat. So, jetzt checke ich hier das mit dem Computer. Dadurch kriege ich jetzt schon mal einfach eine Bewertung von dem, was ich, wie gut habe ich diese Partie gespielt? Wie gut habe ich gerechnet und wie gut habe ich die Stellung eingeschätzt? Und wenn ich Stellung falsch eingeschätzt habe, ist es natürlich hilfreich zu überlegen, warum. Warum habe ich diese Stellung falsch eingeschätzt? Und das sind so diese Momente, wo es schwierig wird, manchmal allein weiterzukommen. Und wenn man da natürlich einen starken Spieler hat, am besten einen Trainer natürlich, oder auch sonst vielleicht einen starken Spieler im Verein oder so, dass man dann diese Fragen mitnimmt und sagt, hey, hier, ich dachte hier, ich stehe besser und der Computer sagt mir, hier, ich stehe völlig pleite. Kannst du mir das erklären? Und dass man da einfach nochmal an seinem Stellungsverständnis arbeitet. Das ist Teil 4 im Prinzip. Ich nutze das Ganze mit dem, ich rechne, ich checke das alles nach mit dem Computer. Was dazu auch gehört, das habe ich jetzt hier in dieser Partie nicht so angesprochen, weil diese Partie ist jetzt theoretisch nicht so interessant. Ich habe hier irgendeinen Filidor-Aufbau gespielt. Da ist jetzt das Eröffnungskonzept nicht so wichtig und die Eröffnungszüge. Aber wenn ihr eine sehr normale Eröffnung, wie zum Beispiel Italienisch oder Spanisch oder irgendwelche Französisch-Stellungen habt, dass ihr euch natürlich einfach nochmal anschaut, wie lief das in der Eröffnung. Wo habt ihr abgewichen, wo hat der Gegner abgewichen? Hier bei Chessbase gibt es dann zum Beispiel dieses Referenzfenster. Das ist natürlich hier jetzt nicht die beste Stellung, weil es da kaum Partien gibt. Aber da könnt ihr dann nochmal schauen, okay, wo ließ es schief? Und wir haben das vielleicht bessere Spieler gespielt. Insbesondere, wenn es für euch nicht so gut lief, hier nochmal reinschauen, aha, hier haben starke Spieler das gespielt, wie haben die denn das gespielt? So, dass ihr auch aus dieser Analyse, was für eure Eröffnung mitnehmt und da einen Gewinn zieht. Als letztes kann man noch Teil 5 machen. Und Teil 5 ist dann nochmal so eine Art Fazit ziehen. Das, was ich gerade schon so ein bisschen angefangen hatte, dass man das wirklich in Worte fasst. Nochmal unter seine Partie schreibt. Das mache ich jetzt hier bei der Notation. Kann man hier am Ende nochmal Text. Text nach dem Zug reinschreiben. Alles super. Das ist natürlich jetzt Quatsch. Aber da kann man nochmal reinschreiben, was war denn nicht so gut? Vielleicht war auch die psychologische, vielleicht war die Vorbereitung nicht so gut. Vielleicht habe ich schlecht geschlafen. Oder meine Variantenvorbereitung war nicht so gut. Oder ich habe mich auch irgendwie nicht gut ernährt. Oder ich hatte Bauchschmerzen während der Partie. Das kann man ja auch alles reinschreiben. Auch Ernährung und sowas sind tatsächlich natürlich auch Faktoren, auf die man manchmal acht, gerade bei so einem Turnier. Wer von euch noch kein Turnier gespielt hat, da kommen eben nochmal andere Faktoren dazu. Wenn man jetzt über drei, vier Tage jeden Tag zwei Partien Schach spielt, da kommt dann Fitness nochmal ein bisschen mit dazu. Und kann man alles da reinschreiben. Aber insbesondere natürlich auch, habe ich gut berechnet? Habe ich ein gutes Stellungsgefühl gehabt? Habe ich die Eröffnung vernünftig gespielt? Und da einfach nochmal ein bisschen was reinschreiben als Fazit, was man für sich mitnehmen kann. So, dass man aus jeder Partie auch was lernt. Ja, das hier ist übrigens das Mat. Ich kann ganz kurz diese Partie, wenn ich die jetzt hier schon mal offen habe, gleich nochmal in Schnellform zeigen. Und erstmal fasse ich nochmal zusammen. Also, Schritt 1 bei der Analyse ist die Analyse direkt am Brett mit dem Gegner. Schritt 2 ist erstmal die Informationssammlung. Das heißt, man sammelt erstmal das, was man noch weiß in der Partie. Die schreibt alles auf, nimmt alle Varianten auf. Möglichst am Tag der Partie. Schritt Nummer 3. In aller Frische an einem der nächsten Tage nochmal am eigenen Brett selbst arbeiten an der Partie. Varianten nachberechnen. Stellung nochmal einschätzen. Schritt 3. Schritt 4. Alles überprüfen mit dem Computer. Und Schritt 5. Daraus ein Fazit ziehen. Und gucken, was man daraus gelernt hat. Hat man vielleicht auch positionelle Fehler, auch positionell strategische Fehler gemacht. Und ja, wenn man natürlich einen starken Spieler hat, kann man den natürlich, wie gesagt, bei allem noch mit einbinden. Und eben die Partie zeigen und nochmal ihn fragen, was hätte ich denn hier besser machen können. Jetzt nochmal im Schnelldurchgang diese Partie. Damit wir die nochmal sehen. Weil sie war echt ganz nett. Hier h5. H4. Und jetzt opfere ich hier die Figur. F3. Und jetzt nehme ich hier auf G2. Dame D7. Ich habe eine Figur weniger, aber ich komme jetzt hier auf G4 gleich rein. Dame G4. Die Dame geht zurück. Springer C4 greift den Läufer an. Der geht zurück. Dame H. Und das ist übrigens jetzt zum Beispiel ein kritischer Moment gewesen, wo ich gesehen habe, okay. Weiß kann mit Turm A1 sich vielleicht gleich befreien. Und auch jetzt noch Dame H3 scharf. Jetzt droht wieder Turm A1. Und hier muss ich jetzt was finden. Und deswegen habe ich hier zum Beispiel sehr lange reingesteckt. Und habe Turm A4 gefunden. Und das ist tatsächlich auch der stärkste Zug. Droht Turm F4. Beispiel C3. Macht sich mit seinem König schon mal so eine Route auf. Und weil ich jetzt gesehen habe, okay. Der König muss gleich durch Zentrum nach Turm F4. Muss ich das Zentrum öffnen. Und habe jetzt hier D5 gespielt. Turm F4 läuft nicht weg. Weiß spielt Springer D2. Ich nehme auf E4 und spiele F5. Ich mache hier im Zentrum will ich Radau machen. Weiß geht hier freiwillig raus. Ich gewinne die Figur zurück. Weiß versucht seinen König zu retten. Aber schaut mal mit langer Rochade. Mein Angriff ist noch weiter voll im Rollen. Der König ist jetzt halbwegs im sicheren. Aber nach C5 drohe ich gleich Turm D2. Turm A1. Die Dame geht hier hin. Dame F2 deckt das Schach auf der zweiten Reihe. Und ja, jetzt kommt Turm B2. Greift mein Springer hier an der König. Aber nach B5 hat Weiß schon ein Problem. Es droht Turm B2 matt. Und der Läufer hängt. Turm B1 deckt B2. Aber haltet das Video an gerne, wenn ihr das matt finden wollt. Es ist matt in wenigen Zügen. Ich zeige es euch. Springer A5. König A3 einziges Feld. C4 Schach. Und Weiß kann nur noch B4 spielen. Ich nehme den weg. Es ist leider kein Enfassant matt. Sondern es geht jetzt noch Läufer C5. Jetzt hat Weiß allerdings aufgegeben. Ja, und jetzt könnte ich für mich so ein Fazit ziehen. Dass ich zum Beispiel sagen könnte, ich habe insgesamt sehr gut gerechnet. Ich habe die kritischen Momente erkannt. Zum Beispiel diese Momente mit Dame H3. Hat auch eine ganz gute Zeiteinteilung. Und das ist jetzt vielleicht keine Partie, wo ich allzu viel daraus lerne, weil ich sie relativ gut gespielt habe. Und auch bis zum Ende relativ gut gespielt habe. Es gibt andere Partien, wo man sicherlich natürlich noch mehr daraus lernt. Gerade Partien, die sehr schief laufen. Trotzdem möchte ich euch dieses Verfahren, jetzt diese Analyse so vorstellen. Und ich denke, man muss es vielleicht nicht in dieser ausführlichen Form machen. Da kann es auch eine abgespeckteren Form machen. Aber das Entscheidende ist die eigene Arbeit. Die eigene Arbeit ohne die Computer. Ohne die Engine. Einfach nur die Engine anschalten. Nimmt einem halt jegliche Arbeit ab. Deswegen versucht das vielleicht mal, wenn ihr echt richtige Langzeitpartien von euch habt. Da ein bisschen Zeit in die Analyse reinzustecken. Das lohnt sich. Und das ist wie gesagt eine der großen Quellen der Verbesserung. Eben die eigenen Partien. Was hilft es, wenn man irgendwie theoretische Endspiele lernt. Wenn man irgendwie schon nach 10, 12 Zügen positionell im Eimer steht. Weil man einfach fragwürdige Entscheidungen trifft. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen und ihr habt ein bisschen was gelernt. Lasst gerne Kommentare da, wie ihr analysiert. Ob ihr noch Tipps habt. Tricks und wie ihr das in euren Partien macht. Was ihr von diesem Konzept hier haltet. Ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr einen Daumen da lasst. Und gerne diesen Kanal abonniert. Denn dann sehen wir uns auch das nächste Mal. Da freue ich mich drauf. Bis dahin. Macht's gut. Euer Schachpanda. Ciao. Ciao.